Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Samstagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.400 US-Dollar. Der Gesamtmarkt pumpt einfach nur und kennt momentan nur eine Richtung des Trotz. Einigermaßen negativer Zahlen gehen wir aber jetzt gleich nochmal drauf ein. Bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, lasst einen Kommentar unten da, wenn ihr euch irgendwelche Altcoins wünscht. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, starten wir jetzt durch. 21.400 US-Dollar. Wir bouncen hier schön auf unserem kleinen Abtrend auf dem 4-Stunden-Chart. Haben mittlerweile ein höheres Hoch gebildet. Wir hatten sehr, sehr hohes Volumen. Auch noch was wünschenswert war, das war auch der Grund. Ich habe die letzten Tage immer wieder gesagt, okay, 21.1 ist für mich ein Short-Potenzial. Das Problem war aber in der Hinsicht, wir hatten einfach viel zu viel Volumen in der Candle. Und in so eine Candle reinzuschorten, macht einfach meines Erachtens keinen Sinn. Da hilft jede TA vorher nichts. Wenn ich sage, okay, 21.1 und dann kriegen wir einfach dieses krasse Volumen. In solche Candle shortet man nicht rein. Deswegen bin ich auch momentan noch in keinen Short drin. Bin aber momentan schon wieder am Überlegen, in einen reinzugehen. Zumindest kurzfristig. Hat den Aspekt, wir sind jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart unterwegs. Wir haben jetzt, wie gesagt, höhere Hochs gebildet. Haben mittlerweile aber eine Bearish Divergence. Und das Volumen nimmt jetzt langsam auf dem 4-Stunden-Chart ab. Wir haben einen CME-Cat bei 21.155. Danke an Ronny übrigens nochmal, der ist in die Gruppe immer anpinnt. Und auf dem 1-Stunden-Chart kriegen wir jetzt auch langsam immer mehr Bearish Divergence rein. Plus wir haben auch hier noch diese übergeordnete und auf den kleineren Ebenen auch noch eine vorliegen. Wir haben bei 21.500, das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz auf dem Daily-Chart, haben wir eben jetzt auch noch eine Ineffizienz hier oben in dem Bereich der 21.544. Die haben wir uns noch nicht ganz gesichert. Die würde ich am liebsten gerne noch holen, um hier dann eine Short-Position aufzumachen. Sollte ich hier eine aufmachen, werde ich das natürlich in der Telegram-Gruppe. Habe ich ja gestern nochmal einen Schrieb dazu in die beiden Gruppen geschickt, dass ich es zukünftig anpinnen werde. Käufe, Verkäufe und Trades werden in die Gruppe angepinnt. Also da kommt gerne dazu, wenn ihr keine Trades mehr verpassen wollt. Und da überlege ich jetzt gerade die 21.500 US-Dollar zu shorten. Klar, der Trend ist intakt, der Trend ist bullisch. Ich werde mir auch versuchen, beim nächsten Dip auf jeden Fall wieder eine neue Long-Position zusätzlich noch bei Bitcoin auf jeden Fall aufzumachen. Weil der Trend momentan sehr, sehr gut aussieht. Wir kriegen mehr Volumen rein. Wie gesagt, der Trend ist intakt, das ist das Wichtige. Was wir aber jetzt noch beachten sollten. Und zwar, ich habe jetzt nochmal das FIP-Level gezogen. Von 25k von unserem, ich sage jetzt mal hoch, was wir bis jetzt gebildet haben, bis zu unserem Low bei ungefähr 18.200 US-Dollar. 18.200, nochmal für alle, die immer neu dazuschauen, ist der Binance-Chart. Weil wir einfach hier das Tief hatten. Liegt unser Golden Pocket bei 22.500 bis 22.800 US-Dollar. Das ist die Zone, die ich erst einmal im Auge behalte. Wir hätten dann fast jetzt jegliche Ineffizienz erstmal aus dem Markt gekickt. Das heißt, jegliche Ineffizienz ist raus. Und der Markt könnte erst einmal wieder korrigieren. Deswegen behalte ich jetzt die 21.500 US-Dollar im Auge. Einfach, dass wir uns nochmal dieses letzte hochfischen. Und dann im Endeffekt die Trendwände nach unten hin nochmal anstoßen. Und zumindest in dem Bereich der 20.000, ich sage jetzt mal 300, 200, weil halt hier eben dieser Pump begonnen hat. Und das sieht man hier auf dem 4-Stunden-Chart ganz gut. Seht ihr diesen Wig hier nochmal hier unten. Und dieses krasse Volumen. Gleichzeitig, kommt dann auch noch dazu, haben wir im Endeffekt noch die Vector Candles, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Die natürlich weiterhin bei 18.900 US-Dollar liegen. Und halt hier eben genau auch nochmal bei diesen 20.500, beziehungsweise 20.400 US-Dollar. Also für den heutigen Tag gilt erstmal, nochmal diese 21.500 würde ich echt gerne knacken. Dann die Short-Order rein. Dann die Trendwände nach unten hin erstmal mitnehmen. Bis 20.300 US-Dollar kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Von hier aus dann neuen Long-Impuls. Und dann vielleicht den letzten in das Golden Pocket bei ungefähr 22.400 US-Dollar. Das ist jetzt erst einmal der Plan für heute. Heute, ansonsten, auch wenn die Stimmung jetzt schon extrem bullisch ist, sollten wir weiterhin vorsichtig sein. Also wir dürfen das Ganze noch nicht unterschätzen. Wie gesagt, die 17.500 US-Dollar sollten wir weiterhin im Blick behalten. Wir haben da unten sehr, sehr, sehr viel Volumen immer noch liegen von einem Market Maker, die nicht gefischt wurde. Eigentlich unglaublich, meines Erachtens nach, dass das immer noch nicht geholt wurde. Und an sich, ich habe ja am Anfang vom Video gesagt, diese Daten, die gestern rauskamen, waren nicht bullisch. Es gibt mehr und mehr Jobs. Das heißt, die FED hat im Endeffekt alle Zügel in der Hand. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Nachdem sowieso schon gesagt wurde, okay, wir müssen die Zinsen noch ein bisschen weiter erhöhen. Und dann noch diese positiven Jobdaten. Klar, die Arbeitslosenzahlen sind im Endeffekt von 3,6 auf 3,7. Aber das war jetzt erst mal ein bisschen wenig Erholung, sage ich jetzt mal, beziehungsweise jetzt nicht so schlecht. Aber dadurch, dass immer mehr Jobs geschaffen wurden, außerhalb der Landwirtschaft, ist es für die FED ein Zeichen, okay, wir können im Endeffekt weiter die Zinsen erholen. In der Wirtschaft geht es gut. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen. Außerdem habe ich ja gestern nochmal was gepostet von Twitter, dass da auch wieder kritische Stimmen der FED wiederum drin waren. Also ich würde weiterhin vorsichtig sein. Ich gehe weiterhin ganz normal in den Markt rein. Ich werde jetzt auch nicht auf Fobo hier in alle Trades reingehen. Und das möchte ich einfach nur mal an die Hand geben. Also wie gesagt, 21.400, 21.500 werde ich dann wahrscheinlich später noch ein Setup reinposten und den Rest schauen wir dann jetzt über das Wochenende. Gut, dann Ethereum. Auch extrem gut eigentlich performt. Hier haben wir uns auch dieses Hoch im Endeffekt geholt, wo wir gesagt haben, okay, die 1.670 US-Dollar wollen wir uns holen. Wir sind bis auf 1.678 hochgekommen. Wir haben die Ineffizienz hier drüben auf den Dollar genau rausgenommen. Auch hier Bearish Divergence, mehrfache sogar. Also wenn wir von diesem Hoch hier im Endeffekt schon ausgehen, haben wir hier eine dreifache Bearish Divergence. Wir haben abnehmendes Volumen. Klar, wir haben noch diesen Volumenkeil, aber das ist Longvolumen, was es hier unten noch bei ungefähr 1.544 zu holen gibt. Also auch hier momentan alles gar nicht so bullish, wie es aussieht. Aber was wir auch dazu sagen müssen, wir haben hier oben nochmal eine fette Volumenkendel. Das heißt hier dieser Bereich um 1.755 bis 1.770 wäre dann der nächste Short-Impuls. Das Gute ist, Ineffizienz geholt, Bearish Divergence, abflachendes Volumen, klarer Short-Indikator. Also auch hier werde ich über den Tag mehr wahrscheinlich dann nochmal eine Short-Order zurechtlegen. Wobei ich aber auch hier, wie gesagt, nochmal auf dieses höhere Hoch warte, weil hier einfach noch ein bisschen Volumen liegt. Das heißt, wir haben momentan zwei Volumencluster. Eins bei 1.680 und eins bei 1.760 US-Dollar. Beides kann man relativ easy meines Erachtens shorten, indem man hier den Stop-Loss eng legt. Also ich würde jetzt nicht hier reingehen bei 1.680 und einen Stop-Loss hier drüber legen. Das Risk, kann ich euch einfach mal bildlich anschauen, liegt bei 5 bis, ich sage jetzt mal mindestens 6%. Und das ist mir ehrlich gesagt, wenn hier Leute mit 3er und 4er Hebel reingehen, ist mir das einfach zu risky. Dann lieber im Endeffekt hier einen kurzen Short, dann im Endeffekt hier in dieser Zone nichts machen und dann den nächsten Short-Impuls hier oben im Endeffekt abwarten. Auch hier lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf den Daily-Chart. Einfach mal um zu gucken, wo liegen unsere Golden Pockets. Von unserem Hoch bis zu unserem Low. Huch, nee, das wollte ich jetzt nicht. Von unserem High zu unserem Low im Endeffekt. Schauen wir uns auch mal an. Und danach hätten wir dann im Endeffekt Luft bis zu 1.700, 5.732. Wie gesagt, oben liegt doch die Liquidität. Das heißt, ein Pump hier in dieser Region ist nicht gerade unwahrscheinlich. Also auch hier zwei Short-Szenarien im Endeffekt, so wie bei Bitcoin. Kurs ähnelt sich sehr und wie gesagt, die Vector-Candles bitte nicht außer Acht lassen. Für mich ist ein Boden insgesamt, glaube ich, noch nicht wirklich drin. Aber gut, wird sich zeigen. Wir sind jetzt auch erstmal aus unserem Downtrend-Kanal ausgebrochen. Aber wie gesagt, einfach noch nicht zu hyperbullish werden, wie ich das überall lese. Bitte weiterhin vorsichtig im Markt. Dann XRP. Gleiches Spiel. Schauen wir uns auch mal kurz auf den kleineren Timeframes an. Hier müsste eigentlich, ah ne, wurde nicht, genau, das war eben das Problem. XRP Short-Order wurde nicht gefüllt. Ihr seht hier diese gelbe Linie, das ist die Ineffizienz. Und minimal wurde die Order nicht abgeholt. Also die Order habe ich als Limit-Order immer noch drin. Als Ding 0,51,16 ist die Short-Order drin bei XRP aufgrund dieser Ineffizienz, aufgrund dieser Widerstandslinie. Wurde leider nicht gefischt. Wir haben jetzt mittlerweile auch hier eine Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Wir haben abflachendes Volumen, heißt für mich auch erstmal Trendwende, zumindest kurzfristig. 1-Stunden-Chart sieht man das noch besser, als auch hier deutlich diese Bearish Divergence zu sehen. Und im Endeffekt, das Ziel liegt hier bei 0,46, weil hier im Endeffekt die gleiche 4-Stunden-Vektor-Candle ist. Die muss ich jetzt sicher machen. Das sieht man hier im Endeffekt auch an diesem krassen Volumen. Liegt auch hier. Und die sollte normalerweise früher oder später gefischt werden. Ich werde später noch den Wochenausblick drehen. Und da werden wir auch nochmal auf 2-3 Punkte eingehen, die nächste Woche auf jeden Fall entscheidend werden würden, die dann im Endeffekt auch den Kurs beeinflussen könnten. Gut, dann kurzes Update noch zu den ganzen Trades, die laufen, habe ich ja gestern schon dazu gesagt. Wo haben wir es denn? Fangen wir an mit Luna. Luna Classic hat unsere Beisauung getroffen. Habe ich auch erst gestern durch Zufall gesehen. Also Luna Classic investiert. Habe aber schon, ich glaube, 15 oder 25% Profite genommen. Habe ich irgendeine Gruppe angepinnt, nur damit ihr Bescheid wisst. Dann, was haben wir noch? ICP. Mittlerweile 50 oder 60% im Plus. Auch hier habe ich insgesamt schon 20% aus dem Trade rausgenommen. Einfach mal um die Profite mitzunehmen. Was haben wir noch? Engine. Auch mittlerweile deutlich, deutlich im Plus. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir in diesen Trade reingehen. Das war ja nach dem Livestream. Also auch hier mittlerweile müssten wir hier unten reingegangen sein. Mit einem Dreierhebel sind es auch hier 40% mittlerweile. Plus 20% mittlerweile raus. Also auch Glückwunsch, wer das aus dem Livestream mitgenommen hat. Und im Endeffekt können wir das jetzt sofort füllen. Wir haben ja noch mehr Trades offen. Ich weiß jetzt gar nicht mal was alles. Kusama ist, glaube ich, noch offen. Sand ist noch offen. Überall 20% rausgenommen. Einfach mal, um die Profite einzusacken. Und dann erstmal ein bisschen low zu machen. Und ein bisschen runter zu kommen. Und jetzt mit Gewissen suche ich jetzt erstmal Bitcoin und Ethereum raus. Das sind die wichtigen Coins meines Erachtens momentan. Altcoins pumpen mir zu stark. Hier irgendwelche Short-Setups zu suchen. Beispiel kann ich euch mal ganz kurz noch zeigen. Matic extrem am Abdrehen. War ich gestern selber davon überzeugt. Okay, habe ich ja schon früh in die andere Gruppe geschrieben. Dass ich denke, okay, wir gehen hier bis mindestens 1,24. Wir sind dann sogar da nochmal drüber geschossen in den Bereich der 1,30. Aber auch hier kein Short-Setup für mich. Also in solchen News, dass Polygon bzw. Matic halt jetzt für die NFTs von Instagram zukünftig verantwortlich wird, wo der Meta-Konzern hinter steht, ist einfach zu krass bullish. Da irgendeine Short-Order reinzumachen ist einfach zu krass. Da kannst du nur ganz, ganz schnell reagieren. Schnell rein, schnell wieder raus. Und das ist nicht meine Art zu traden im Endeffekt. Und das Risk teilweise hier von 6, 7% in Kauf zu nehmen, kann ich keinem empfehlen. Ich bin normalerweise jemand, der 3 bis maximal 4% Risk will. Das heißt, 3 bis 4% Kursänderung nach oben. Und das ist schon Maximum. Und nicht hier mit 7, 8%. Das ist einfach, im Endeffekt könnt ihr da mit einem Dreierhebel dann 25% verspielen. Und das ist nicht gewollt, also meines Erachtens nach. Wir können aber auch hier mal ganz kurz noch auf den Daily Chart gucken, ob wir jetzt in irgendwelche Zonen reinkommen. Das haben wir ja im Livestream schon angesprochen. Da hätten wir sogar noch Luft bis 1,90 bis 2 Dollar ungefähr, bis wir das Golden Pocket hier oben erreichen. Gleichzeitig haben wir dann hier oben, was wieder perfekt dazu passt, noch eine schöne Widerstandszone. Also ich würde Matic momentan bitte nicht shorten. Also hier ergibt sich meines Erachtens keine Short-Möglichkeiten. Ist einfach zu bullish. Auch die Daily Candle einfach zu bullish von den News hier. Hier wird es zu Korrekturen kommen, das ist klar. Aber wenn, dann long ich die. Und das ist momentan der Bereich um ungefähr 1 Dollar bis 1,05 Dollar. Und einfach, weil wir hier aus diesem Ascending Triangle nach oben hin ausgebrochen sind. Gut, dann noch ganz kurz zu den News. Pro Bitcoin, Präsident von El Salvador greift die US-Notenbank an. Müsstet ihr alle schon gelesen haben, weil mittlerweile ist der Bot ja bei uns in der Gruppe. Der postet die News automatisch. Gut, das war es von mir. Wie gesagt, ich werde später noch den Wochenausblick drehen. Dann werde ich vielleicht noch mit ein paar Kollegen ein Video drehen. Wenn sie Zeit haben. Ich habe den schon die ganze Zeit abgesagt, aber gut, schauen wir mal. Ja, und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da, wenn ihr Bock drauf habt, Trades mitzunehmen, kommt gerne rein. Ist alles natürlich kostenlos. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns später dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.